Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Sengoku Dynasty. Es ist mal wieder Herbst geworden und ich habe wieder ein bisschen was vor, denn ich möchte, ich habe mir gedacht, warum bin ich eigentlich immer die ganze Zeit in die verschiedenen Städte gesprungen mit der Zeitmaschine, hätte ich fast gesagt, nein, mit der Schnellreise, um die Händler abzuknabbern, obwohl wir ja doch die Händler auch zu uns kommen können. Also nicht nur ihn hier, einen haben wir ja hier schon, guck mal, ob er was Neues hat. Ne, er hat aber nicht so. Wir können ja auch mehrere Bettlerhütten bauen, deswegen würde ich ganz gerne hier mal so ein kleines bisschen was an Bettlerhütten hier aufstellen. Und ich habe mir gedacht, dass, warte mal, wo war das jetzt? Hier dieser Platz, glaube ich, ganz nice dafür wäre. Und deswegen können wir, glaube ich, mal hier, jetzt muss ich mal eben gucken, so den ersten würde ich eigentlich hier so gerade zum Zaun. Jo, du ziehst einmal um, Junge. Hier, kannst wieder rein. So, und dann würde ich nämlich gleich mal hier so ringsrum ein paar von diesen Bettlerhütten aufbauen, damit wir hier jedes Mal schön einen nach dem anderen abklappern können und uns ressourcen und Werkzeug und alles Mögliche Schönes hier so ein bisschen einkaufen können und schön paddel verkaufen können. So, jetzt ist die Frage, wo war denn das mit der Bettlerhütte? Ich habe es schon wieder vergessen. Eeeh, war das hier? Warte mal. Entschuldigung. Hä? War das kleine Bauwerke? Ne, kleine Bauwerke. Was nicht? Verdammt, wo war denn das? Handelsgebäude, was ja... Ach doch, hier, Handelsgebäude. Genau. Und wir haben ja hier auch zwei verschiedene. Wir haben die... Ne, drei verschiedene. Ich weiß gar nicht, welche wir jetzt aufgebaut haben. Ich glaube, die hier, ne, oder? Ne, die sieht anders aus. Gut. Das heißt, jetzt machen wir mal hier eine hin. Ähm... Ach, verdammt. Ich würde gerne... Kann ich eigentlich die Schulter wechseln? Ich glaube nicht, ne? Ja, aber das passt. So, was brauchen wir denn dafür? Bambuso, Stroh und Bretto. Haben wir alles im Gepäck. Das ist schon mal nice. Und schon fertig. Sehr gut. Jetzt muss hier nur noch jemand einziehen. So, ähm... Jetzt habe ich schon wieder vergessen, wo das war. Ne, warte mal. Äh, Dorf. Produktion? Ne, ne, da war es nicht. Doch hier war es doch eben, ne? Äh... Oh Gott! Mein Gedächtnis! Handelsgebäude, da. So. Dann, äh... Habe ich, glaube ich, das noch nicht. Oder? Ne, doch, das habe ich schon. Das heißt, einmal... Dann habe ich das noch nicht, ne? Das habe ich auch schon. Warte mal. Ach, verdammt! So, dann habe ich... Ne, das ist aber... Ach, wobei der hat Räder, ne? Alles klar. Äh... Ach, verdammt. Jetzt wieder irgendwelche Ressourcen im Weg. So, warte kurz. Das heißt, ich muss nochmal eben... George W. hier wegschmeißen. Ach, so ne, Quatsch. Den muss ich ja zupfen. Ich Idiot. So. Aber hier müssen wir einmal... Kläftig drauf und... Ums, ums, ums. So. Das müsste ja eigentlich reichen, ne? Also nochmal. Bup, bup, bup. Und... Genau, ihn hier. Wie viel Abstand haben wir da? Würde ich hier mal ungefähr... Das müsste ungefähr gleich sein, ne? So. Warte, die will Eisenerz? Ich weiß gar nicht, ob ich noch Eisenerz habe. Ich habe jetzt... Ich glaube, fünf Tage nicht aufgenommen. Deswegen, ich muss gleich mal gucken. Ich habe nicht mehr so wirklich die Ahnung, was ich jetzt hier noch im... In der guten Stube habe und was nicht. Aber ich glaube, Eisenerz müsste ich ja noch haben. I hope so. So, dann gucken wir doch mal. Oh ja. So, da reicht ja der Kleine hier. Ähm. Wie leuchst du denn wieder heute? So. Also. Eisenerz. Ich... Hä? Äh, Jungs. Ein bisschen falsch hier. Jungs. Da. Aber da sitzen schon zwei. Das ging aber schnell. Können wir auch gleich mal gucken, was die so alles haben an dem Angebot. So, aber das reicht mir natürlich noch nicht. Denn ich möchte hier noch sehr viel mehr Händler haben. So, noch irgendwas? Nö, das sollte eigentlich so reichen. Das heißt, wieder das Himmelchen in die Hand. So, und jetzt nehme ich... Äh... Den glaube ich, ne? Nee? Nee? Ähm... Den, genau. So, warte mal. Jetzt wieder ein bisschen... Das wollte ein bisschen alles... ...schön aussehen. Oh, das passt, ne? Das passt. Okay, dann hau mal rein in deine guten Sachen. Guck mal, jetzt sind es noch schon drei. Die vermehren sich ja hier. Drei Chineser mit dem Kontrabass. Ach nee, das sind schon vier. Holy moly. Aber ich verstehe nicht, warum die da sitzen. Na gut. Vielleicht wollen sie sich ja erst mal einklimatisieren. So, ähm... So, dann mache ich... Warte mal. Hier muss ich aber auf jeden Fall das wegmachen. Das wegmachen. Hier nicht. So, dann hier und hier. Gut, so. Jetzt muss ich überlegen, welchen... Jetzt müssten wir wieder so einmachen. Hopp, 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 äh... Genau. Ka-Boings, ka-Boings, ka-Boings. Oh. Ja, super. Neue Stufe erhalten. Ich freue mich. Kann ich auch richtig viel mit anfangen. So, zwei, vier, fünf. Jetzt sind da jetzt fünf. Eins, zwei, nee. Zwei, doch, doch, fünf. Ähm... Jungs, ihr seid ein bisschen, äh... Es sind siamesische Vierlinge. Keine Ahnung. So. Aber... Es reicht mir immer noch nicht. Wir machen noch mehr. Ähm... Jetzt würde ich wieder... Warte mal. Jetzt würde ich hier wieder... So einmachen. Zack. Sehr schön. Und dann noch... Ich mach einen noch. Einen noch und dann machen wir hier auch ein bisschen was schön Platz, dass die sich hier auch abends ans Feuer setzen können oder so. Ähm... Da machen wir nochmal jetzt einen mit Rädern. Genau den hier. Ähm... Passt. Passt, passt. Sehr schön. Und dann müssen wir uns aber natürlich viele, 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 viele schöne neue... Oh, warte mal. Meine Bretter sind aus. Viele schöne Paddel basteln, damit wir die auch alle an den Bettler bekommen. Mhm. So. Das heißt, einmal ganz schnell. Ähm... Warte mal. Ich hatte noch, glaube ich, hier ein bisschen was reingesteckt an Brennholz, damit... Ich hab nämlich nicht mehr viel Kohle. Ich bin immer arm. Ich hab echt nicht viel Kohle. So. Ähm... Genau. 40. Sehr schön. Und dann... Achso, Holz brauche ich ja, ne? Warte mal. So. Das heißt, ihr kommt mir mal ein bisschen hier in die Tasche rein. Zack, zack. Nein. Ja. Nein. Nein. So. Einmal Brettchen draus gemacht. Zack, zack. Und... Und... Boing. Ja. Und, äh... Wir haben wieder eine Quest bei Marta. Bringe zwei Ei und acht Gobo. Da gucke ich gleich mal ins Nahrungsmittellager. Ich denke mal, das werden wir haben. Hoffe ich. Genau. Mal gucken, ob wir jetzt doch nochmal... Also, wenn da jetzt Chrysanthemen drin sind, dann... Ne? Ne. Okay. Aber wir haben Gobo. Ähm... Da nehme ich... Acht... Und... Zwei Eier. Hopp. So, Marder! Marder! Wo ist die denn? Da hinten irgendwo. So, und da habe ich ein Fragezeichen, sehe ich gerade. Wahrscheinlich ist das noch ein Bettler. Ein Flüchtling, meine ich, der... Zu uns möchte, aber... Äh... Wir haben leider... Im Moment keinen Bedarf. So, warte. Ach, warte. Warte. So, bitteschön. Dankeschön. Was habe ich bekommen? Eine Brandsalve. Juhu. So, das heißt, die können wir ja mal einmal ins allgemeine Lager packen. Dann haben wir doch locker hier diesen Wert abgedeckt. Also, bestimmt. Schätze ich mal. 625. Sollte die Brandsalve doch mindestens bringen. So, dann gucke ich doch mal. Ja, nicht ganz. Nicht ganz. 30. So. Ähm... Ach so, genau. Brett. Da fehlte noch ein Brett. Die sitzen da aber immer noch alle, ne? Ähm... Hallo? Zack. Sehr schön. Gefällt mir. Dann haben wir jetzt 2, 4, 6, 7... 7 Händler. Ich denke mal, damit sollten wir ein Weilchen auskommen. So. Und dann bekommt ihr, wie gesagt, auch ein schönes Lagerfeuer. Möglichst mittig. Oh. Ach, mir fehlen wieder Steine. Steine, Steine, Steine. Irgendwas fehlt doch immer. Ähm... Okay, dann kloppen wir mal eben kurz die hier. Ein bisschen. Boing. 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 Sehr schön. So, du kommst auch mit, du Kleiner. Und hier die nochmal. Ja, ich glaube, das reicht, ne? Ich glaube, das reicht. So, das heißt denn hier und da... Ach so, ich hätte noch ein paar Baumstämme, glaube ich, mit mir müssen. Für Sitzgelegenheiten. Äh... So, das war, glaube ich, hier, ne? Genau, Sitzgelegenheiten. Braucht Holzstämme. Holzstämme. Okay. Holen wir uns eben Holzstämme. Zum Glück habe ich ein paar im Lager. Ich würde gerne mal wissen, wer dieses Fragezeichen ist. Warte mal. Ich muss leider mal eben... Aber ich glaube, das ist Richtung Strand. Hey, warte mal. Ach so, das sind Fragezeichen, aber... Okay, ich kann den nicht auseinanderhalten. Ich weiß jetzt gar nicht, wen ich da ansprechen soll. So. Also. Holzstämme wollte ich holen. Oh. Hopp, hopp. Zack, 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 zack. Jawohl. Ähm... Ne, in die Richtung muss ich, ne? Genau. All righty right. So, also noch mal. Ähm... Einfach, äh... Ne, das war hier, ne? Genau. Ah, Sitzgelegenheit. Dann machen wir mal... Hier ein Bänkchen. Boin. Boin. Oh, warte mal. Das muss ich noch mal verschieben. Kann ich das auch verschieben? Ja. Äh... So, ne. Das war... Aber... Das war jetzt... Warte mal. Ich muss erst mal hier ein bisschen zurück. Und dann wieder... Ah, besser. Besser, besser. Wobei, ne, der hat noch... Äh, ich muss... Der muss noch ein bisschen weiter rum um die Kurve. So. Und jetzt noch mal. Ja, so ist besser. So. Äh... Bum, bum, bum. Und... Dann mach ich noch mal hier so eine Bank. Die machen wir hier so gerade. Und... Hier auch noch eine. Aber bei Amy sieht's krumm und schief aus, ne? Warte mal. Äh... Machen wir das so. Ähm, wo warst du? Ne, warte mal. So. Wupp. 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 Es sieht... Sieht halt ein wenig symmetrisch aus. Das... Äh... Ich bin... Ich bin... Das ist, äh... Mein innerer Monk, der... Der... Warte mal. Weißt du was? Ich mach das anders. Ich mach das so. So. Gar nicht wenig anspreche. Die haben alle das gleiche. Äh? Äh? Gibt's hier irgendjemanden, der auch mal hier irgendwie was anderes hat? Die haben alle nur Ton. Ich wünschte natürlich hätte hier jemanden, der auch mal ein bisschen Werkzeug oder Baumstämme oder... Ah, okay. Ich glaube, ich muss da mal warten. Wahrscheinlich müssen wir die nächste Saison abwarten, bis die sich hier alle ein bisschen aufgelöst haben und in ihre Hütten verschwunden sind. Und ich hoffe es natürlich, dass die jetzt hier in die Hütten gehen und nicht, dass das hier alles buggy ist und die für immer da festkleben. Gut, wir schauen uns das Ganze mal an. So, und ich möchte eigentlich hier trotzdem, obwohl wir im Moment nicht wirklich viel Bewohner aufnehmen können und wollen, würde ich ganz gerne hier trotzdem nochmal das Wohngebiet ein bisschen weiterziehen. Und vor allem ja nochmal ein bisschen Deko. Und das ist mir doch noch ein bisschen... Wir könnten hier den Zaun auf jeden Fall nochmal irgendwie weiterziehen. Und zwar... Warte mal, welcher war denn das? Ah, Bambus? Nee. Holzzaun kurz. Und ich würde hier zum Beispiel gerne einmal, dass das ein bisschen abschließt. Genau, und dann so bis hier, dass man hier so einen Durchgang hat. Entschuldigung, darf ich einmal... Hm, warum macht das nicht mehr Sinn... Warte mal, macht das nicht mehr Sinn, hier einen langen zu nehmen? Guck mal. Äh, lang. Ja, ja, das macht mehr Sinn. Boah, ich würde es möglichst gerade... Äh... So... Genau, und dann so... Da muss noch ein bisschen gedreht werden. Dann haben wir nämlich hier so einen schönen Durchgang. Aber ich glaube, ich würde da noch einen kurzen... Warte mal, ich gucke nochmal, ob ich... Wenn wir hier noch einen kurzen ran machen... Das reicht? Ja, das reicht, oder? Ja. Ich würde hier noch den kurzen ran machen. Ja, 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 bin ich hier. Fühle ich. Fühle ich. So, und dann würde ich mir mich hier auch nochmal ein bisschen... Äh, wir müssen hier auch nochmal ein bisschen irgendwas... Irgendwas hin. Ich wünschte, wir hätten wirklich mehr Deko. So, wir könnten natürlich hier auch noch Bänke und Feuer hinbauen, dass wir hier auch nochmal so ein paar Sitzgelegenheiten haben. Hm... Ich bin mir noch nicht sicher. Also hier würde ich natürlich jetzt hier das Wohngebiet so ein bisschen weiterziehen. Dass hier hinter praktisch auch Häuser kommen. Und... Warte mal, das mache ich mal als erstes. Wir brauchen ja erstmal nur die Blaupausen zu setzen. Das heißt... Äh... Das neue Großhaus ist auch immer noch nicht... Nicht freigeschaltet. So, dann gucken wir mal, wie sieht das möglichst natürlich gerade. So ist gerade, ne? So ist gerade. Äh... Äh... Aber du hast das Gras im Weg, ne? Verdammt! Habe ich vorher nicht drauf geachtet. So, dann kommen wir hier. Noch irgendwas. Wahrscheinlich auch der Baum, ne? Ähm... Einmal weg mit dir. So, das sollte eigentlich so reichen. So. Ding, ding, äh... Ding. Ding, 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 ding. So, also nochmal gucken, ob's gerade ist. So... Ein bisschen zurück. Komm. Hopp. jawohl das passt auf jeden fall schon mal und denn hier auch das ganze warte mal hier muss was weg noch irgendwas im weg nee das müsste alles sein so einmal auch hier gucken ob es gerade ist so naja ich glaube so ist richtig hat er sich jetzt gerade selbst verschoben nee doch nicht seien so aus dass wir ein bisschen zur seite gegangen ist jawohl i like it und haben wir hier nämlich richtig hier so eine schöne und bei mir natürlich hier mit dem gestrückt natürlich immer doof wenn man hier direkt vom stück wünscht es gäbe hier straßen aber okay ich glaube ich lasse es jetzt erst mal so okay so was machen wir hier mit diesem ich glaube ich würde hier auch noch mal ich glaube ich würde den zaun hier mal weiter ziehen aber es fängt wieder an zu plattern machen wir hier auch noch mal ein feuerchen wenn ich das kommen das können wir auch gleich machen so und dann was könnte ich denn hier noch machen zielscheibe zielstabe weiß ich nicht wir können auf jeden fall hier noch mal ein bisschen deko machen so und dann noch mal ein paar sitzgelegenheiten so dann haben sie noch ein ausweich feuer zu dahinten ich würde das jetzt hier mal tatsächlich so ein bisschen eckig machen ja und dann hier vor auch mal ein ich glaube das ist oder ist das zu eng wenn wir jetzt hier längs gehen wollen jetzt hier längs gehen will ich glaube die ist ein bisschen zu lang zu zu nah zu weit im gang also weg warte mal naja die nehme ich mal wieder weg und pack sie einfach mal hier vors haus vom haus brauchen die auch noch hütten genau vor dem haus brauchen sie auch noch hütten nein bänke natürlich genau so und dann könnten wir aber hier den zaun noch mal ein bisschen weiter ziehen so einmal die langen so jetzt muss ich mal gucken das ist so ungefähr so ich glaube so müsste eigentlich richtig sein so ja dann können sie sich nämlich hier hinsetzen und dann machen wir hier auch noch mal äh lang ich glaube das würde ganz gut passen bis hier okay das war ein bisschen zu weit so lang normal ist es nicht einfach so ne warte nicht so weit so ist es immer noch zu ach Gott warum machst du denn auch so weit so also ganz ruhig tief durchatmen so also so besser 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 so und dann machen wir warte mal dann machen wir noch den langen das müsste so passen das müsste so passen so und dann noch einen kurzen äh schwupp bitte 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 lass mich den hier irgendwie vernünftig oh ja sehr gut ich finde das gar nicht so schlecht ist vielleicht einen kleinen tick eng hier aber ja die müssen ja hier nicht mit dem Panzer durch ne von da ich glaube das passt ganz gut so dann fangen wir mal an zu klöppen aber wir werden natürlich nicht wieder weit kommen weil mir wieder Stöcker fehlen natürlich so bum 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 ja ich muss Stöcker sammeln ähm einmal weg Frage ist natürlich wir könnten die auch theoretisch ja aus den Holzstämmen auch auch Stöcker produzieren aber dann habe ich nachher kein Holz mehr für die Wohnhäuser so ich nehme nochmal ein bisschen Kohle hier raus da stoppen wir uns auch nochmal ins Lager genau damit wir uns nicht unsere schönen Sachen hier ja es ist auch nicht all zu viel ne also ich muss ein bisschen haushalten deswegen würde ich glaube ich gleich mal ein bisschen warte mal wobei wir können ja auf jeden Fall was wir ja schon mal machen können damit wir sehen ob wir überhaupt mit den Holzstämmen klarkommen würde ich die nämlich einmal schon mal in die Häuser rein platzieren so dann können wir die nämlich da schon mal so ein bisschen verwurschteln so dann hau mal rein da so oh ich hab's schon wieder okay warte mal ich muss mal kurz so besser jetzt wird's ja noch ewig dauern so äh bretter können wir auch gleich mitmachen so und für die Wände brauche ich natürlich auch wieder Stöcker aber ich würde hier auch wieder die Wände so ein bisschen anders gestalten wollen dass die halt nicht alle einheitlich sind gut so ich brauche nochmal ein paar Stämmel so komm mal bitte zu Papa na 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 so ich glaube das reicht schon ne so dann die noch rein so dann mach ich hier auch noch die Bretter rein und dann gucken wir gleich mal wie wir hier die Wände ziehen so jetzt will ich mal gucken das war das hier waren alles die einfachen Wände und hier waren diese die Sockelwand ne genau ich finde die eigentlich ganz nice diese Sockelwand aber haben wir noch eine dritte Option die möglichst nicht so teuer ist guck mal eben also Sockelwand haben wir verstärkte Wand kostet die dann mehr? warte mal drei Bretter und zwei Stöcke und Sockelwand ne also die sind jetzt tatsächlich nicht unterschiedlich ok aber das Problem ist glaube ich es gibt keine verstärkte Wand mit Fenstern ne hmm so ist die Frage wenn ich jetzt hier so ne Sockelwand nehme mit großem Fenster aber der Strich geht trotzdem durch also es passt gut dann machen wir hier nochmal verstärkte Wand verstärkte Wand hier muss ja sowieso keine Fenster hier hinter weil ne auf die andere Holzwand drauf gucken ist jetzt nicht unbedingt so schick so dann machen wir wieder Socke großes Stärkte 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 Socke kleines aber hier würde ich auch mal Socke kleines Nein Celsius und ja mir ist gerade das Spiel aufgegangen ausgegangen aufgehängt ach verdammt ja aber ich sag mal wir sind sowieso mit der Zeit um von da ich versuch mal zu gucken was ich jetzt retten kann und wir sehen uns nächste Folge vielen vielen dank fürs zusehen euch noch einen schönen tag und bis dahin macht's gut